Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video mit den Spassungen mit Jurena. Danke. Und mit Paul. Er ist auch ein Spass. Und... Auf jeden Fall hatte ich auf Twitter noch Fragen gefragt. So, ich hab noch nie Fragen. Und wir haben Capri da, weil wir cool sind. Jurena, das Video fängt erst an wie auf. Du weißt schon, wie das Spiel geht, oder? Fack, ich hab meine schon auf. Wenn man hat, musst du wohl... Wenn man noch nie hat, dann muss man nicht machen. Hey, ich hab bei dir schon gedacht. Wenn man hat, dann muss man... Nein, also Leute, wir stellen jetzt Fragen. Wenn man was gemacht hat, dann muss man was trinken. Ich hab noch nie in die Dusche gepinkelt. Du weißt gar nicht, ob man das bestimmt mal als kleines Kind. Was? Ich hab noch gebadelt. Ich hab ja immer gebadelt. Vielleicht auch gebadelt. Vielleicht auch gebadelt. Weiß nicht. Wie wir pissen. Boah, Schwimmbad. In die Barsche, bitte mal in die Dusche. Mal in die Dusche, mal in die Dusche. Bist du vielleicht mal? Ja, ich pisse immer in die Dusche. Hast du? Nach so einem Schuh. Oder was? Nein, okay. Ich bin ja auch. Also Sarah hat in die Dusche gepasst. Geh da mal. Was? Nein. Jetzt fand ich das Ding mal verboten. Ob ich drehe mich jetzt weg. Ich hab noch nie gepupst. Jetzt drehen das aber auch nicht auf trinken, du. Du saugst schon richtig. Du musst wieder Luft reinmachen. Hä? Meine Schuhe. Ich hab am Anfang des Videos die Lehrendertrot befasst. Ähm. Ich hab mich noch nie in einen Lehrer oder Lehrerin verliebt. Was? Ich war so ekelig. Wir sind ja alle wie 30 und alle. Ich kann mir nicht vorstellen wie so einen Knackerl. Boah. Das ist alles. Leute, Leute. Übrigens, wir sind im Partnerlook. Wir sind auch im Partnerlook. Nein, Schatz. Ich hab noch nie meinen Bruder meine Schwester geschlagen. Ich hab noch nie gespritzt. Was? Was? Du hast gespritzt. Was? Du hast gespritzt. Das ist jetzt aber sehr alt gemein, ne? Ja. Was war jetzt? Ich hab noch nie jemanden geküsst und ist danach bereut. Hä? Doch. Doch, schau. Als ob wir jetzt alle trinken. Doch. Da hatte ich schon kurz Angst. Ich hab noch nie daran gedacht, mich an Sarah ranzumachen. In Klammern für X Ferrero. Also es geht jetzt nur an. Soll ich jetzt trinken oder was? Ja, dann los. Was? Oh. Ja, Leute. Willst du jetzt alle trinken? Weiß ich ja nicht, was der Fall bei euch ist. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich glaub, da muss noch jemand trinken. Kritisch. Aber er hat mich immerhin erwähnt. Ja, aber ich glaub, da sind einige Mitspieler nicht so ehrlich. Ich hab auch getrunken. Okay, dann trink ich schon wieder. Christian, du alter Skiase. Marc, du auf der Piste komm mal. Okay. Wir machen weiter. Gleich nochmal. Ich hab noch nie von meinen Eltern Geld geklaut. Was? Ich hab noch nie ein Tier umgebracht. Klar, die Täfer zertreten wie sonst was. Genau, heute. Du musst das eigentlich mal einblenden, ne? Ja, okay. Leute, ich bleib jetzt mal eine kurze Stelle ein. Moin, Sarah. Sarah in ihrem Ende. Hast du das gehört? Guck mal, hier eine Prototyp-Hausfrau. Wie man sie aus dem Buch kennt. Boah, jetzt das lange Dinge da, ganz, oh. Wer hat's aufgenommen? Die Credits müssen wieder raus. Ist wirklich so. Ich hab noch nie im Internet nach Nacktfotos eines Prominenten gesucht. Ehe? Ehe? Von wem das denn? Was? Was? Von wem denn? Egal, weiter. Das ist von Mia Khalifa, alter. Ach du Scheiße. Ich hab noch nie einen Gangbang gehabt. Was guckst du mich so an? Alles klar. Eigentlich müsst ihr vier trinken. Eigentlich müssten alle trinken. Nee, ich nicht. Hä, warum müssen wir alle... Hä? Vielleicht denken die sonst irgendwas von euch. Ich hab noch nie hunderte Kilometer zurückgelegt, nur um einen bestimmten Menschen zu sehen. Ich hab noch nie getrunken. Also Alkohol jetzt. Also zählt das? Naja, natürlich. Ich mein, ich hab so einen kleinen Schluck getrunken. Das zählt als Alkohol. Das ist so ein getrunken. Trink. Lass du dir sehen. Luft wieder rein. Nur wieder aufpusten. Du schluckst dich auf. Eigentlich wüsst du mir das ja mit diesen kleinen Dingern. Wisst ihr? Ich habe bei denen Alkohol probiert. Und ich glaub ich hab nie wieder Alkohol probiert. Ja. Oh mein Gott. Das war klar. Was ist das? Das war alles in Puben. Das war Suez. Suez. Was auch immer. Das ist geil. Ich hab noch nie geraucht, gekifft, etc. Was? Echt? Na klar hab ich. Keinerlei Servers gemacht. Weil er glaubt. Man weiß ja nicht, was er jetzt gemeint ist. Tja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab mich jetzt gerade sehr aufgefallen. Ja, nur eine sehr gute Frage. Ich hab noch nie bei einem Film geweint. Aber ich hab mal als kleines Film geweint. Nee, ich hab nur fast. Ich hab fast bei einem Film geweint. Aber ne. Auch mal bei einer Serie bei Susan Paya Davis glaub ich war das geheult. Ich wein immer bei meinen Anime. Ich war beim Film. Ich wein immer womit. Ja, ich weiß. War das fast das einzige. Nee. Ich wein nie. Ich hab mal als kleines Film. Ich hab fast bei Spider-Man gemacht. Ich hab fast bei Spider-Man gemacht. Weil dann so ein, wie so Frau gestorben ist. Oh. Bei Spider-Man 2 bei meinen, ja. Oh, ja stimmt. Ich hatte noch nie sexuelle Gedanken mit Lehrerinnen und Lehrern gehabt. Das wird ja nicht so geil. Ich hab noch nie was kaputt gemacht beim Zocken. Hab ich schon mal was kaputt gemacht beim Zocken? Ja. Was denn? Meine Teile fliegen einfach so aus. Ich hab, ich mein's ernsthaft. Mein Stuhl geht kaputt. Mein Headset. Also, Nitro-Konzepts meldet euch bei mir. Maus kann ich mir vorstellen. Bum, bum, bum. Mein Maus fährt aus. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen Koffer. Da wird die ganze Gabri-Sonne weg. Und das hat er jetzt. Ich hab noch nie Drogen genauer verkauft. Oh. Weiter geht's. Das weiß auch. Da äußere ich mich nicht zu. Yes. Doch. Ich hab auch nie gesoffen, geküsst, gefickt. Wir müssen das so fragen. Was sollen wir da jetzt trinken? Ich hab noch nie. Ich hab noch nie gegen Yorena verloren. Ich hab noch nie gegen sie selbst verloren. Okay, Abendrücken, ne? Die hat so, blende das Eis an, dann ist ein wenig. Die hat auch gegen mich im Abendrücken verloren. Ich bin einfach strong. Ich hab noch nie gekorbt. 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 Ich hab noch nie auf einer Party katzen müssen. Ne, das nehme ich auch nicht, weil ich weiß, dass ich die Einzige bin. Oh, das ist ehrenlos. Das ist ehrenlos. Ich hab noch nie meine Popel gegessen. Ich hab noch nie meine Popel gegessen. Aber als kleines Kind wäre es da. Ich hab mich gerade kurz schlecht gefühlt hier. Ich hab das sogar als Kind nicht gemacht. Ich hab immer meine Nase gebohrt. Und dann... Erstmal waren die Tapeten so abgeschmiert. Jetzt mach weiter. Ich hab das immer auf den Boden geworfen. Als Kind. Geil! Und meine Mutter hat... Okay! Das wollt ihr jetzt jeder wissen auf jeden Fall. Na, gute Randelbeer machen. Liken wir seine Popel auch, um auf den Boden zu machen. Weißt du? Das war als kleines Kind zu meiner Mutter. Popelwerfergruppe. Ich hab noch nie keine Fragen bekommen. Fotze. Ja, das kenne ich nicht. Ich hab noch nie über Kathi aka Kathi gelästert. Ich dachte, er hielt Ehle seine Hand. Was war das denn hier? Wer ist das überhaupt? Kathi. Kathi. Kannst einen Kathi. Niesmal in meinem Stream. Und im Planner. Kenn ich das. In meinem Stream war ich auch schon nie. Ich seh dich in deinem auch? Doch. Ich kenne dich. Ich hab noch nie jemanden ernsthaft beleidigt, was die Person auch getroffen hat. Natürlich. Patrick! Grüß dich raus! Was? Ich hab noch nie in mein Arschloch gepasst, um zu schauen, wie es sich anfühlt. Was? Hat der Frosate oder so? Was ist denn? Hab ich jetzt noch nie gemacht. Alles klar. Hab ich jetzt auch noch nie übernommen gedacht. Junge. Alter. Das ist doch voll normal, oder? Ja klar. Ja klar. Mega. Mega normal. So schön vor dem Spiegel. Alter. Boah. Okay. Ich meine noch eine Frage. Ich hab noch nie auf einen YouTuber gestanden. Was? Was? Auf welchen YouTuber soll ich den Stuhl? Auf Ehle. Ehle Bildern. Ehle? Ehle. Komm schon. Eigentlich bin ich. Eigentlich bin ich. Ja man. Definitiv. Eigentlich. Komm lass denken. Ja PayPal Leute, war es das mit dem Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Bis nächstes Mal mit rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.